Andreas Babler hat am Montagabend sein erstes SPÖ-Sommergespräch als Chef der Sozialdemokratischen Partei bestritten und dabei mit der einen oder anderen Aussage für Staunen gesorgt. Wenig überraschend war Bablers Einsatz für eine Erbschaftssteuer. Dabei war er bemüht, das Streckgespenst Erbschaftssteuer zu entschärfen und zu verdeutlichen, dass lediglich 4% der Österreicher davon betroffen wären, 96% hingegen nicht. Ohnehin könnten sich die oberen 4% besagte Zahlungen locker leisten, so Babler. Für jeden Österreicher soll es einen Freibetrag von einer Million Euro geben. Schenkungen und Erbschaften der vergangenen 30 Jahre sollen aber rückwirkend addiert werden, was die Zahl der Betroffenen dann doch schnell auf über 4% ansteigen lassen könnte. Generell war die Verteilung von oben nach unten Kernthematik im Bablers Sommergespräch. Die 32-Stunden-Woche etwa hält der Chef der Roten für keine Utopie. Die Arbeitsintensität sei enorm gestiegen und das müsse laut Babler kompensiert werden. Im Interview deutet er außerdem an, als gutes Beispiel vorangehen und die 32-Stunden-Woche in der SPÖ umsetzen zu wollen. Auch beim Thema Klimaschutz zeigt Babler Vorbildwirkung. Er selber fährt auf der Autobahn Tempo 100 und zwar immer. Gesetzlich verankern will der SPÖ-Chef Tempo 100 aber nicht. Der Sinneswandel müsse in der Bevölkerung stattfinden und nicht auf dem Papier. Wenig nette Worte hatte Babler für die aktuelle Regierung übrig. Er warf ihr unterlassene Hilfeleistung und Komplettversagen bei der Teuerungsbekämpfung vor. Der SPÖ-Chef forderte Schwarz-Grün auf, die letzten Mieterhöhungen zurückzunehmen sowie einen Deckel von 2% auf die Inflationsanpassung der Mieten. Außerdem soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ausgesetzt werden, um der galoppierenden Inflation Herr zu werden. Wenig überraschend warnte Babler auch davor, bei der nächsten Nationalratswahl der ÖVP und Karl Nehammer die Stimme zu geben. Denn dann würde einer weiteren Runde Schwarz-Blau nichts im Weg stehen und das würde Schlimmes für das Land bedeuten, ist sich Babler sicher. Mit diesem Outing hätte hingegen niemand gerechnet. Bei der vergangenen Hofburg-Wahl hat Andreas Babler seine Stimme an Marco Pogo vergeben. Amüsantes Detail, SPÖ-Wien-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig favorisierte Babler als neuen Vorsitzenden, um bei der nächsten Wiener Bürgermeisterwahl ein linkes Zugpferd gegen Marco Pogos Beliebtheit vorweisen zu können.